Textbuch, Kapitel 13, Die schuldlose Welt, Nummer 6, Die Gegenwart finden, Teil 2, Absatz 7, Seite 252 bis 254. Die Gegenwart bietet dir deine Brüder in dem Licht an, das dich mit ihnen vereint und von der Vergangenheit befreit. Möchtest du ihnen also die Vergangenheit zur Last legen? Denn wenn du das tust, dann beschließt du, in der Dunkelheit zu bleiben, die es nicht gibt, und lehnst es ab, das Licht anzunehmen, das dir angeboten wird. Denn das Licht der vollkommenen Schau wird unbeschränkt gegeben, wie es auch unbeschränkt empfangen wird, und es kann nur ohne Begrenzung angenommen werden. In dieser einen stillen Dimension der Zeit, die sich nicht wandelt und in der kein Anblick dessen existiert, was du gewesen bist, schaust du auf Christus und rufst seine Zeugen an, damit sie auf dich leuchten, weil du sie aufgerufen hast. Und sie werden die Wahrheit in dir nicht verleugnen, weil du sie in ihnen gesucht und dort gefunden hast. Jetzt ist die Zeit der Erlösung, denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Reiche zu allen deinen Brüdern hin und berühre sie mit der Berührung Christi. In der zeitlosen Vereinigung mit ihnen liegt deine Kontinuität, und zwar ununterbrochen, weil du sie voll und ganz mit ihnen teilst. Der schuldlose Sohn Gottes ist nur Licht. Nirgends in ihm ist Finsternis, denn er ist ganz. Rufe alle deine Brüder, um seine Ganzheit zu bezeugen, wie ich dich rufe, dich mit mir zu verbinden. Jede Stimme hat einen Part im Lied der Erlösung, dem Lobgesang der Freude und des Dankes für das Licht an des Licht des Schöpfer. Das heilige Licht, das aus dem Sohne Gottes leuchtet, bezeugt, dass sein Licht von seinem Vater ist. Leuchte auf deine Brüder in Erinnerung an deinen Schöpfer, denn du wirst dich seiner erinnern, indem du die Zeugen für seine Schöpfung aufrufst. Diejenigen, die du heilst, legen Zeugnis ab für deine Heilung, denn in ihrer Ganzheit siehst du deine eigene. Und wenn deine Lobgesänge der Freude und des Preises zu deinem Schöpfer aufsteigen, wird er deinen Dank erwidern in seiner klaren Antwort auf deinen Ruf. Denn es kann niemals sein, dass sein Sohn ihn anruft und ohne Antwort bleibt. Sein Ruf an dich ist nur dein Ruf an ihn und in ihm ist dir geantwortet durch seinen Frieden. Kind des Lichts, du erkennst nicht, dass das Licht in dir ist. Doch wirst du es durch seine Zeugen finden, denn da du ihnen das Licht gegeben hast, werden sie es dir wiedergeben. Jeder, den du im Licht siehst, bringt dir dein Licht näher ins Bewusstsein. Liebe führt immer zu Liebe. Die Kranken, die um Liebe bitten, sind dankbar für sie und in ihrer Freude leuchten sie in heiligem Dank. Das schenken sie dir, der du ihnen Freude brachtest. Sie sind deine Führer zur Freude, denn da sie sie von dir empfangen haben, möchten sie sie bewahren. Du hast sie als deine Führer zum Frieden eingesetzt, denn du hast ihn in ihnen manifest gemacht. Und da du ihn siehst, ruft seine Schönheit dich nach Hause. Es gibt ein Licht, das diese Welt nicht geben kann. Du aber kannst es geben, so wie es dir gegeben wurde. Und indem du es gibst, leuchtet es auf, dich aus der Welt zu rufen und ihm zu folgen. Denn dieses Licht wird dich anziehen, wie es sonst nichts in dieser Welt vermag. Und du wirst die Welt weglegen und eine andere finden. Diese andere Welt erstrahlt in Liebe, die du ihr gegeben hast. Hier wird dich alles an deinen Vater erinnern und an seinen heiligen Sohn. Das Licht ist unbegrenzt und ergießt sich über diese Welt in ruhiger Freude. Alle, die du mit dir gebracht hast, werden auf dich leuchten und du wirst dankbar auf sie leuchten, weil sie dich hierher gebracht haben. Dein Licht wird sich mit ihrem Licht in einer Macht verbinden, die so unwiderstehlich ist, dass sie die anderen aus dem Dunkel ziehen wird, wenn du auf sie blickst. Zu Christus zu erwachen heißt, den Gesetzen der Liebe aus freiem Willen nachzufolgen und aus dem stillen Erkennen in der Wahrheit in ihnen. Die Anziehungskraft des Lichtes muss dich willig zu sich ziehen und Bereitwilligkeit wird durch Geben kundgetan. Diejenigen, die Liebe von dir annehmen, werden zu deinen willigen Zeugen für die Liebe, die du ihnen gabst und sie sind es, die sie dir anbieten. Im Schlaf bist du allein und dein Bewusstsein ist auf dich selber eingeengt. Das ist der Grund, weshalb Albträume kommen. Du träumst von Isolationen, weil deine Augen zu sind. Du siehst deine Brüder nicht und in der Dunkelheit kannst du nicht auf das Licht schauen, das du ihnen gegeben hast. Und dennoch sind die Gesetze der Liebe nicht außer Kraft gesetzt, nur weil du schläfst. Du bist ihnen durch alle deine Albträume hindurch gefolgt und bist in deinem Geben treu gewesen, denn du warst nicht allein. Sogar im Schlaf hat Christus dich beschützt und die wirkliche Welt für dich gesichert, wenn du erwachst. in deinem Namen hat er für dich gegeben und dir die Gaben geschenkt, die er gegeben hat. Gottes Sohn ist immer noch so liebevoll wie sein Vater. Da er mit seinem Vater ein Kontinuum bildet, hat er keine Vergangenheit getrennt von ihm. So hat er niemals aufgehört, seines Vaters Zeuge und sein eigener zu sein. Obwohl er schlief, hat Christ die Schau ihn nicht verlassen und deshalb kann er die Zeugen zu sich rufen, die ihn lehren, dass er niemals schlief. schlief.